Musik Oh, wie schön sie ist! Am liebsten würde ich sie küssen. Eine Röwin, die ließt, ist eine Dame. Und einer Dame stellt man Briefe, bevor man sie küsst. Leider kann ich nicht schreiben. Schreib du mir bitte einen Brief für die Röwin. Danke. Was hast du geschrieben? Liebste Freunde, wollen Sie mit mir auf die Bäume klettern? Ich habe auch Bananen. Total lecker! Gruß, Löwe! Aber nein! So etwas hätte ich noch nie geschrieben. Die Röwin. Die Röwin. Dann schreibst du mir bitte einen Brief für die Röwin. Gerne! Die Röwin. 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 Hallo, Miss Keva. Schreibst du mir einen Brief für die Röwin? Adi, daki. Das war's für heute. Was stimmt denn hier? Der Brief, es ist Käfer verfrämmler. Ach, das möchte ich gern lesen. Liebste Freunde, wann Sie mit mir in der Erde kriechen? Ich habe auch Dinge, total lecker. Grüßt, Löwe. Oh nein, so etwas hätte ich nie geschrieben. Ich schalte dir einen rein, wir können von Baden holen. Hol's der Geier! Schreibst du mir bitte einen Brief für die Löwe. Alles klar. Liebste Freunde, ich bin der Löwe. Und ich bin der Boss hier. Ich will dich kennenlernen. Wir können deine Zunge fliegen. Jetzt reicht es aber. Nein, nein und nochmals nein. Ich würde ihr schreiben, wie schön sie ist. Ich würde ihr schreiben, wie gerne ich sie sehen möchte. Einfach nur zusammen sein. Einfach faul unter einem Baum liegen. Einfach in den Abendhimmel gucken. Das kann doch nicht so schwer sein. Wieso haben Sie denn nicht selbst geschrieben? Wer will das wissen? Ich. Ich habe nicht geschrieben, weil ich nicht schreiben kann. Abi Anfang! Ich habe nicht geschrieben, weil ich nicht geschrieben habe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020